Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinen Kanal. Ich bin's wieder, euer Grafs Nekulé und yeah, ich darf euch hier herzlich einladen zu einem neuen Video und ja, ich habe heute ein Review für euch, aber ich dachte mir, ich verbinde das hier auch mit einer Roomtour. Ihr wollt doch bestimmt alle die neue Grafs Nekulahöhle sehen, ja, das ist sie, ja genau, also ich bin hier gerade im Arbeitszimmer, ja, wie ihr sehen könnt, also hier habe ich mein Büro, da mache ich immer meine krassen Geschäfte. Ja, wenn wir hier durch eine kurze Tür gehen, ja, die Tür ist offen, so, dann sehen wir hier das Wohnzimmer, ja, genau, hier verbringe ich dann meistens eben den Nachmittag hier und ja, und dann später geht man hier durch diesen Vorhang hier quasi durch und dann hat man hier, ja, das Schlafzimmer, das sieht man jetzt hier nicht so gut, weil es dann natürlich voll dunkel ist und da müssen noch die Lampen eingebaut werden. Ja, da hinten haben wir noch die Toilette und ja, hier geht es raus zum Balkon tatsächlich, also yeah, man, alter, voll krass, ich habe auch eine Terrasse, die ist, wenn man hier hinten, na, wo ist es denn, da ist die Türklinke, ja, da geht es zur Terrasse raus und ja, egal, gut, was habe ich heute für euch, ja, ihr könnt es schon sehen, ich war beim Meckes, meine Küche ist nämlich noch nicht ganz fertig, ja, und ja, ich schlafe wirklich im Auto. Danke für die Schweigesekunden, ja, wir haben hier den Beef and Cheese von Meckes, ja, hier krass viel Saladchen oben, boah, wie soll ich denn jetzt essen hier mit einer Hand, Aldi? Ja, um, okay, ja, um. Da ist ja dieses, dieses Käse, dieser gegrillte, gebackene Käse hier dazwischen, ja, wenn man es mag. Ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, die Sauce ist dafür echt lecker, also, der Burger, ohne diesen komischen Käseschnitzel hier, ist schon ganz gut, kann man sich geben. Ich habe schon gewusst, dass mir das nicht so schmecken wird, weil ich mag so dieses gebackenen Käsescheiß nicht so, aber, ja, wenn ihr drauf steht, probiert es unbedingt aus. Kann ich empfehlen, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, euer Krass Nicolet. Ja. Musik.